huh son rufando brigade Tobias hättest Bock auf der Brücken mit kräse Katja dann heart wenn keine 버�idet es gibt halt leute die haben priorität Hier gibt es keine Karten. Ja, aber... Was willst du mit einer Karte? Wir sind in Arena. Oh ja. Ja, aber... Wir sind in Arena-Land. Meiner. Land voller Arenen. Oh, erst mal daneben, ey. Und übrigens, wenn du hierbei verreckst, Bohner, ne? Verreck nie. Mit den Looten. Was hat der? Wohl Fangruppels wahrscheinlich, ne? Hauer. Nur weil ich eine Frau bin. Immerhoff nicht. Ey, ich hau die ganze Zeit daneben, Alter. Was ist los? Ja, treffend nicht. Oh, Alter. Dreifache Schraube. Dann loot ich halt nur. Och, alles mit dem, was man kriegen kann. Ja, wieso nicht? Ich möchte den Magma-Stein looten. Haut rauf. So hart. Und noch ein Mentos. Blut. Lebenspolver. Lebenspolver. Grün. Boing. Ich brauche was. Was ist hier? Eine sinnvolle Blitzbombe. Was hast du denn? Weißt du, so durch die Verpackung durch. So, weißt du, was ich meine? Oh, unten raus. Nice. Wohl Fangruppels. Jetzt ist mir im Winter schön warm. Da ist einer. Ich sehe ihn. Ich töte ihn. Ja, komm her. Komm her, du. Komm her, du sauer. Okay, den esse ich hier auf jeden Fall nicht mehr. Au. Komm her. So, den nächsten werde ich eindeutig nicht weghauen. Ah, den habe ich so. Au, du haust mich. Was soll das? Hau dich jetzt. Au. Au. Scheiße. Sehr gut. Der Bullfangos ist auf meiner Seite. Au. Fuck die Bitch. Die das auch nicht. Ich bin der König der Bullfangos hier. Bist du hier nicht? Laber kein. Hey. Musste sein. Ich habe dir zwischen... Oh, ich habe seinen Kopf. Ich habe seinen Kopf. Und der Kopf, den du dann hast, ist der einzig, den du je besitzen wirst. Wird das Sinn ergeben? Ich hoffe. Ich drehe jetzt gegen den Stein. Au. Ey Leute, guck mal was ich hier gewonnen habe. Guckt alle zu mir. Hui. Das ist eine Blitzbombe. Au. Fuck. Das hat voll Schaden gemacht. Ich will. 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 Das ist aber später sauer. Leute. 10 Monster übrig. Wir können es noch schaffen. Ich glaube nicht. Wir haben gerade mal die Hälfte. Ich finde es auch anstrengend. Ich töte das tote Monster. Ich glaube, die Folge wird gar nicht so lange dauern, oder? Ja, macht nichts. Werden wir sehen. Egal. Wir können ja über ein Thema reden. Das kriegen wir nämlich immer so gut hin. Ich möchte über Bullfungus reden. Gibt's nicht. Schlag mal ein Thema vor, aber ein vernünftiges. Alles, was jetzt kommt, ist unvernünftig. Ah, okay. Kannst du mal ein paar Bullfungus aus dem Boden ziehen hier? Beiglinge, kommt her! Voll ins Auge gestochen. Tut mir leid. Oh, in meinen Arsch. Haben sie dir ins Hirn gerattert, oder was? Ich bin der, der hat voll die coole Nase. Beine, Schaubbe. Gut, dass ich nicht getroffen werde. Hab mich auch was gebracht. Was soll der Scheiß? Hallo, Süßer. Töten. Was machst du da? Oh, der schüttelt sich. Der hat mit seinem Händen gewackelt. Der hat Routenschlag eingesetzt. Wir sind hier nicht bei Scheiß-Pokémon. Ja. Scheiß, ich bin im falschen Spiel. Wir sind hier nicht bei Pokémon. Ja. Warte mal. Bruch. Hier, das sind Büffel. Büffel? Weiß nicht, gibt's Stiere, aber Büffel? Der heißt Olaf. Doch, natürlich. Der heißt Olaf. Der heißt Olaf. Und lass mich raten, du heißt... Genau. Wilma! Feuerstein? Was? Das ist Fred. Das ist Fred Feuerstein, du Depp. Hey, dreht mich nicht. Wenn du da rumstehst, ein! Wolfango, beschütz mich! Au! Jetzt boxt er mich auch noch. Als ob ich hier im Fall... Der schlägt mich auch noch. Ich bin hier im Fall. Au! Au! Oh, shit. Das war ich gar nicht. Ja, ja. Laber, kein. Diesmal nicht. Bluten! Großes Fleisch! Was soll ich mit rohem Fleisch? Versuchen zu essen. Oh, jetzt hat er mich weggeschoben. Hoppala! Also damit das klar ist. Ich hab nur deswegen so wenig Leben, weil ich gegen ihn ab und an Stein getreten bin. Ab. Ab! Da hab ich auch gegen getreten. Wieso hast du die Blipsbombe geworfen? Weil das kann. Jetzt hab ich wieder nichts gesehen. Ges... Gesicken. Ja, ich muss so was tun. Ihr Loops! Lass mich doch wenigstens mal looten, ihr! Ach, looten ist was für weiche Knochen erhalten. Ja, da sind wir auch verdammt wenig. Oh, ich hab mich gerade gedruckt. Verdammt. Bona, komm her. War das ein Angebot? Nein, sorry, Rio. Dankeschön. Hat's abgebrochen, also von daher. Du hast einen längeren. Aha! Du hast auch... Die längeren. Aber meiner ist dicker. Oh, du hattest bessere Technik, siehste? Oh Gott, es geht ja perverse wieder los. Yo, dicker! Geh weg! Ich will den looten, das ist meiner! Geh weg! Geh weg! Komm her, komm her! Chep! Oh, in den Po! Chep! 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 Ne! Nein, der verschwindet einfach! Ich will looten! Nö! Ich will voll nur Pelze halten! Juhu! Juhu! Ah! Pest erfüllt auf verdammend epischer Art und Weise! Babu! What? An Objektboxen! Mhm, mhm! Oh, Reizpelz! Buzkugelpillaus! Mba! Damit, danke fürs Zuschauen! Äh, Entschuldigung wegen einer kurzen Folge, aber muss auch mal sein! Tschölö! 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 Yäni!